Mein Name ist Eva Grünberg. Ich bin 36 Jahre alt und ich hab mal einen richtigen Beruf gelernt. Ich hab drei ABMs und anderthalb Umschulungen gemacht. Und ich arbeite gern. Ich kann irgendwie nicht glauben, dass mich hier keiner braucht. Haben Sie nicht mal Melkerin gelernt? Dann hab ich was für Sie. Schweizer Berge. Sie verstehen was von Grün. Na klar, Sie wollten doch eine Melkerin. Ja, ja. Bist du schon fertig? Guten Abend. Ich bin Mehmet. Wir gehen zusammen einkaufen. Du musst keine Kopftuch tragen. Unsere Tochter aber. Dann ist meine Mutter stolz. Wer mitzt wird nichts mit uns bieten. Verstehst du, da war immer irgendwie jemand. Hallo. Und ich glaube im Moment will ich einfach mal ja gehen. Ist das dein Mann? Ich bin nicht verheiratet. Was ist das? Das ist gut. Das ist doch der Weg mit dem Herst. Du hattest denen. Die ist jetzt wegge Luft. Das ist nämlich dein scheiss Problem. Halt den Haar, wenn es ihr nicht passt. Du hattest. 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 Untertitelung. BR 2018